okay ich habe mal vier sachen und ein trinket der geil eure heilzauber machen die scheiß musik ja aus dj dj hallo stopp muss das in ruhe lesen ich muss konzentrieren eure heilzauber haben eine geringe chance für zehn sekunden vier fragmente des lebens in eurer nähe zu erschaffen verbündete die in ein fragment des lebens aufsammeln werden nun 595 gesundheit geheilt und erhöhen die vielseitigkeit eurer gruppe für zehn sekunden lang um 68 das ist mal ein richtig geiles tank push dingen also das ist mal ein 1 plus trinket und noch ein trinket geil geiler scheiß geiler geiler scheiß also da geht mir der riemen auf ohne witz da geht mir richtig der riemen auf aber ich muss leider gottes glaube ich ach so das habe ich schon die ganze zeit sorry das wäre nur ein upgrade stimmt das hatte ich schon ja habe ich gesehen im chat dein ring vorhin im gillen chat das wird jetzt schwer ich meine das trinket habe ich schon das hatte ich hatte ich vergessen uns der archon das hatte ich schon mal gelootet tempo kann ich nicht abgeben ich kannst du kannst nicht machen ich kann safe nicht machen das geht nicht das geht nicht also das wäre ein richtig gutes upgrade aber nur ein gs upgrade ein bisschen int weil ich glaube von der vielseitigkeit und so ändert sich nichts ne 950 ok bisschen vielseitigkeits push und von 393 gesundheit auf 500 95 ok vielseitigkeit meisterschaft ist auch kompletter schmutz tempo meisterschaft auch kompletter schmutz ja ich muss eigentlich das trinket nehmen aber dann werde ich das hier nehmen dann werde ich ok ist doch kein 220er dann werde ich das hier nehmen tatsächlich aber das droppt halt ordentlich tempo bei mir weg ne das ist quasi genau umgekehrt das trinket das gewährt mir 189 intelligenz und hat 88 tempo statt fest und das hat 71 int fest gewährt mir aber für 12 sekunden 310 tempo also das ist eigentlich schon mal ein richtig krasser push ne das ist quasi ein cooldown das ist nicht einfach nur ein trinket das ist fast ein cooldown ne das ist quasi das was früher heiliger rächer war bei bfa war ja tempo push glaubt 380 oder so 12 sekunden das ist dieses trinket das ist dieses trinket das ist ganz schwer jetzt ich weiß es nicht ich weiß es nicht ganz ehrlich ich möchte mein tempo eigentlich nicht versauen hier das droppt jetzt mindestens um das geht auf acht prozent zurück das tut richtig weh das tut richtig weh aber ich muss ich muss ich muss weil der umhang wie gesagt hier steht 69 prozent verbesserung in der heilung aber ich sag ich sag euch eins es ist einfach meisterschaft und vielseitigkeit brauche ich nicht mehr es ist einfach kompletter schmutz aber theoretisch ich müsste es eigentlich nehmen wenn ich wenn man ehrlich ist ich müsste es nehmen ganz schwierige entscheidung das ist noch richtig ich hätte lieber ein ringdring gehabt ganz ehrlich ich hätte lieber ein ringdring gehabt denn hätte ich gegen den hier austauschen können und bumms aus fertig boah fuck das ist richtig schwierig die frage ist was kriege ich eher kriege ich irgendwann mal wieder die chance auf ein twinket auf so ein twinket vor allen dingen oder kriege ich eher die chance auf den umhang ich bezweifle eher dass die die chance auf so ein twinket kriege macht das mag viel spaß und für kurz ganz schwierige situation ich weiß es gerade echt nicht umhang oder trinket wie seit ich meisterschaft kann ich nicht ich kann das nicht eintauschen das geht nicht ich brauche die ich kann nicht noch ich habe zu wenig krit sonst das funktioniert nicht ich muss über 20 bleiben ich muss das nehmen es geht nicht anders ich kann krit nicht aufgeben dann gebe ich lieber tempo auf solche stürz acht ja tschüss guck dir tempo an guck dir bitte tempo an ach gott tut das weh scheiße ich hätte einfach den umhang nehmen sollen aber krit ist so wichtig krit ist so wichtig so verdammt wichtig ach man scheiße schade wahrscheinlich schon bisschen falsch entschieden bisschen das zack grad richtig rein okay das ist nicht mal ein richtiges hat eine chance ich habe es nicht richtig gelesen das waren richtig dumme entscheidungen das war eine richtig dumme entscheidungen fuck wie war mein global cooldown vorher 6,8 ne holy schock 7 6,8 0,2 sekunden chaoszeit habe ich weggegeben das ist eigentlich too much oh man aber wenn man mal ehrlich ist das trinket hier ist das wirklich das ist eigentlich kompletter crap wenn es wenn es also die kugeln sind extrem gut für den tank so ist es nicht so ist es nicht das trinket ist halt was für mittig plus wenn du es so siehst oder eigentlich ist es gar nichts ich nehme das ich nehme das ich nehme das scheiße auf die vielseitigkeit auf die vier kugeln drauf geschissen ich behalte das trinket aber drauf geschissen